Jo Leute, willkommen zum Anime-Talk von dieser Woche. Mal gucken, wann diese Woche sein wird. Und wieder mit dabei ist der D. Hi Leute. Ja, wie bei jeder Liste eigentlich. So, und ich hab die letzte Liste gemacht, also darfst du gerne anfangen. Überrasche mich. Ja, dieses Mal, du hättest auch natürlich sagen können, um was es geht. Diese Woche geht es um die schlechtesten Animes. Aus diversen Gründen, warum wir verschiedene Serien nicht mal zur Hälfte angucken wollten, weil sie so schlecht waren. Ich hab alle meine gesehen. Möchte ich mal anmerken. Aber hier nicht. Deswegen muss ich auch meinen ersten entsprechend, zumindestens den Anfang, vorlesen. Mein erster auf der Liste ist JoJo's Pizza Adventure Stars Dust Crusade. Noch nie verwirrt. JoJo's Pizza Adventure ist erstmal ein genialer Anime, bis es zu dieser Staffel gekommen ist, wo ich einfach nur noch am Kotzen war. Ich nehm grad mal die Beschreibung hier. Vor 100 Jahren lieferte sich ein Mitglied der JoStar-Familie einen unerbitterlichen Kampf mit Dio. Dieser Kampf ist nun an dem Ozean, dieser Vampir ist nun aus dem Ozean gefischt worden und kehrt zurück ins Leben. So werden Joseph JoStar und sein Enkel Jotaro in den JoStar-Dio-Konflikt hineingezogen. Alter, es ist ja ein Zungenbrecher. Durch die Kräfte erwacht die Kraft Stands von Joseph und Jotaro. Sie müssen sich auf die Suche nach weiteren Standbesitzern machen. Warum mir der so schlecht gefallen hat, die vorherige Geschichte war, dass die ganzen noch aus ihren eigenen Kräften entsprechend ihre Kräfte bezogen haben. Ja, das klingt ein bisschen komisch, aber sie haben von sich selbst entsprechend die Kräfte bezogen. Und durch die Geschichte mit den Stands ist es einfach so, wo nehme ich jetzt die neue Kraft her, damit man einen neuen Gegner besiegt? Ein ganz, 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 ganz billiger Trick meiner Meinung nach. Okay. Habe ich noch nie von gehört von dem Anime. Sollte man sich den angucken? Sowohl als auch. JoJo's Pizza Adventure? Ja, den sollte man sich angucken. Der ist sehr gut gemacht. Hat ein bisschen was von Dragon Ball, wie es noch nicht so extrem durchge... Also Dragon Ball halt. Damit würde ich es noch am ehesten ein bisschen vergleichen. Also es ist viel entsprechend Konflikte, die sich entsprechend um Kämpfe... Also Konflikte, die kämpferisch ausgetragen werden, auf eine durchaus relativ kreative Art und Weise. Und ja, ich würde sagen, JoJo's Pizza Adventure ist einer von den besten Animes, die ich gesehen habe. Solange es nicht um diese extrem miserabel gelungene Staffel geht. Aha. Okay. Gut. Muss ich mir vielleicht mal antun. Vielleicht aber auch nicht. Gut. Mein erster Anime in der Liste. Man muss ganz ehrlich sagen, der ganze Anime hat mir eigentlich super geil gefallen. Nur eine einzige Sache nicht. Und das hat diesen Anime für mich komplett zerfickt. Entschuldige den Ausdruck. Aber wirklich komplett. Und zwar ist das Shuffle. Shuffle... Schon mal gehört? Nein. Ja, ist so ein... Fast ein Mädchen-Anime, würde ich sogar fast sagen. Es geht halt darum... Acht Weiber... Ne, sieben Weiber sind's. Sieben Weiber sind's. Äh, verknallen sich in einen Typen. Und, ähm, man muss sich vorstellen, da ist ein, äh, ein Durchgang. Einmal zum Dämonenreich und einmal zum Götterreich. Aufgetan. Sehen alle aus wie Menschen. Außer, dass die einen spitze Ohren haben und die anderen, äh, irgendwie, äh, noch spitzere Ohren haben. Keine Ahnung. Also die Dämonen haben irre spitze Ohren und die anderen, äh, die Engel oder Götter, die haben nur so ganz leicht spitze Ohren halt. Wurscht. Und, äh, davon die beiden Prinzessinnen, die verknallen sich in diesen Typen und er muss sich dann entscheiden, nimmst du die Göttin oder nimmst du die, ähm, nimmst du die Dämonen. Und, äh, er wird dann halt, sobald er sich auf eine darauf festgelegt hat, wird er dann zum König von denen und, äh, kriegt dann so die Ultramacht schlechthin. Ähm, dazu kommt seine Kindergartenfreundin, die halt, ähm, ja, so, 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 äh, mit ihm zusammenlebt und eigentlich so wie Bruder und Schwester sind. Dann, äh, so eine, die, ich glaub, ein bisschen älter ist als er, aber mit der er auch schon seit Ewigkeiten befreundet ist. Dann kommt eine andere Dämonin, die irgendwie die kleine Schwester von der, äh, oder Cousine oder sowas von der, von der Dämonenprinzessin ist. Ähm, die Freundin von, äh, obwohl, äh, verknallt die sich in den, ich weiß es gar nicht, äh, wurscht. Und, äh, die, äh, Freundin von der, die etwas älter ist, kommt noch dazu und die, äh, so ein flach, äh, flachbrüstiges Etwas, was auch noch irgendwie mit denen auf die Schule geht. Und alle verknallen sich in diesen Typen. Und am Ende trifft er von diesen sieben Weibern die dümmste Wahl überhaupt. Und das hat mir so den ganzen Anime zerfickt, wo ich mir gedacht habe, nee, komm, ganz ehrlich, leck mich an den, äh, an den Täsch, du kannst mich mal. Das war wirklich einer der Animes, die habe ich wirklich ewig geguckt. Und diese eine Entscheidung hat mir den ganzen Anime versaut, muss ich ehrlich sagen. Aber du hast den noch nie geguckt, musst du den mal angucken. Es gibt ein sehr schönes Hentai-Game dazu, möchte ich einmal anmerken. Okay, gut zu wissen, dass es sowas gibt. Hast du so, hast du sogar. Hast du mir auf die Festplatte gelegt? Ja! Aha, okay. Erstmal runterlöschen, äh, erstmal runterlöschen. Erstmal runterlöschen, genau. Ja, so. Äh, ich mach mal weiter mit meiner Liste. Äh, mein Platz 4 ist lustigerweise ähnlich wie Platz 5, entsprechend auch ein Anime, der am Anfang durchaus sein Flair hatte, aber dann plötzlich einfach nur noch mit einer weiteren Staffel kotz, kotz und nochmal kotz. Was kommt jetzt? Es geht mir diesmal um Digimon Tamers. Ach ja, okay. Ja, okay. Äh, ich mein, Digimon 1 und 2 waren eine durchaus durchdachte Geschichte, es hat alles noch Sinn gemacht, es war durchaus einer von etwas besseren Animes. Zwar Mainstream, aber in Ordnung. Digimon Tamers ist alles, was vorher gewesen ist, weg. Äh, es geht um ein Kartenspiel und irgendwie der Held der Geschichte malt immer wieder neue Karten, bloß weil sein Monster nicht mehr irgendwas kann, äh, was die vorher alleine irgendwie geschafft haben in Digimon 1 und 2. Muss man irgendwelche Karten durchziehen. Das ist mir so auf den Sack gegangen an Digimon Tamers. Das war auch absoluter Bullshit. Also, sie sehen, den Anime hab ich auch gesehen. Der Kanone, mal ich mal eine Karte von der Kanone, bitteschön. Das war einfach so kernbehindert, muss man schon fast sagen. Ah, das war dumm. Ey, der Anime war echt scheiße. Also, da gibst du mir aber recht, oder? Ja, geb ich dir absolut recht. Gut. Ich hab dir von vornherein gesagt, du wirst die Liste nachvollziehen können. Ja, Tamers war echt scheiße, wobei es gab, glaub ich, sogar noch schlimmere. Da hat's angefangen abzubauen. Jaja, Digimon hat seit jeher eigentlich abgebaut. Also, ich sag... Wobei Digimon 3 könnte ganz gut sein, da es entsprechend an den ersten beiden Staffeln anknüpft. Ich hab's aber noch nicht gesehen, muss ich leider zugeben. Ich auch nicht. Oh, das ist doch frisch. Irgendein Anime kommt jetzt raus. Ich weiß nur nicht mehr welcher. Wollte ich mal eben eingewischten müssen haben. Der kommt jetzt im Januar raus. 27. Januar. Okay. Ich weiß aber nicht mehr welchen. Erinnere mich mal später dran, dass ich dich nochmal drauf anquatsche. Dann müssen wir nochmal gucken. Ja, gut. Mach ich mal weiter mit Mime. Ähm, eigentlich einer der Top-Animes schlechthin. Also, auf Proxa ist er in der ewigen Top 100. Und, äh, du hast den Anime, denke ich, auch schon mal zumindestens gesehen. Ich glaub sogar, ich glaub, wir haben da sogar schon mal drüber gequatscht über den Anime. Der Anime, den ich meine, auf Platz 4 ist Mirai Nikki. Oh, ja. Ein absolut geil gemachter Anime. Ja. Aber... Schon ziemlich durch. Sowas von Bullshit. In ganz, ganz vielen Sachen. In ganz, ganz vielen Sachen. Im Grunde, ähm, gibt es, ich weiß gar nicht, zwölf oder so? Ja, zwölf. Zwölf Tagebuchbesitzer, die halt, ähm, sich hingesetzt haben und Tagebücher geschrieben haben. Auf unterschiedlichste Daten und Weisen. Auf, äh, Schriftrollen, auf klassisch Tagebüchern, im Handy, irgendwo hin halt. Und, und da muss man sich vorstellen, je nachdem, was die da reingeschrieben haben, haben diese, äh, haben die Dinger dann Fähigkeiten bekommen. Und die werden in irgendeine Schlacht, um, äh, um Gott der Zeit zu werden, äh, haben sich dann... Oh, ist Ex Machina. Richtig. Ähm, haben, haben sie sich dann da reinziehen lassen und dann, keine Ahnung, müssen sie sich gegenseitig umbringen und der Letzte, der lebt, der, der wird dann, äh, der, der Gott der Zeit. Von Raum und Zeit, Entschuldigung. Und, es ist so Blödsinn. Weißt du, allein dieser, äh, dieses Ding ist schon absoluter Blödsinn. Aber, das ist noch guter Blödsinn. Weil, nein, ist ja, ist ja kein Scherz. Ist ja, das ist noch... Guter Blödsinn finde ich gut. Das ist noch guter Blödsinn. Aber, das Ende, was mir die meisten Animes versaut hat auf dieser Liste, das Ende ist nur Scheiße. Es ist nur Scheiße. Und, es kommt eigentlich bis zum Ende, also bis, ich glaube, die ersten ein, zwei Folgen, läuft alles genauso ab, wie ich das vorher gesagt habe. Eigentlich fast genauso. Also, es ist so predictable. Dieser ganze Anime ist wirklich von der ersten, zweiten Folge ist ja vorgeschrieben, was passieren wird. So, und, ähm, am Ende, hab ich gesagt, ja, natürlich überleben die beiden und, äh, sie kann ihn auf gar keinen Fall töten und er hat nicht die Eier dazu. Also, muss irgendwie, äh, wird sie sich umbringen. Oder irgendwie sowas wird passieren. Hab ich mir da am Anfang gesagt. Keine Sorge, ich spoilere euch nicht, weil das wird nicht passieren. Ähm. Das ist irgendwo ein Spoiler. Ja, ich sag, was nicht passiert. Okay. Es passiert auch nicht, dass der Mond auf die Erde klatscht. Das passiert in einem Spiel. Das ist auch ein Spoiler. Ein Spoiler. Äh, muss ich Spoiler-Alarm vorsetzen. Nein, aber ganz im Ernst, das war so Bullshit, das Ende. Das ist so Bullshit. Und es ist so sinnlos, das Ende. Weißt du, es ist so, so, ja, äh, wir haben hier ein Anime gezeichnet, äh, gemacht, wie auch immer. Hatten aber keinen Bock mehr auf das Ende, uns da irgendwas Sinnvolles auszudenken. Also, ja, machen wir halt nix. Im Grunde ist das Ende nix. Ja? Nix. Also, es ist, ich weiß nicht mal, was das Ende sollte. Ich weiß es nicht. Das war irgendwie komisch. Es ist Bullshit gewesen. Deswegen, Mirai Nikki für mich definitiv verdient auf Platz 4. Du darfst weitermachen. Ich fand den gar nicht so schlecht, aber, naja. Ich fand den Anime nicht schlecht, das muss man sagen. Aber ich fand das Ende einfach absolut grottig. Ja, stimmt. Das Ende war wirklich nicht ganz so gelungen. Ähm, überleg mal schon mal nach einem Ornable-Menschen. Ich hab noch da einen, der auf meiner Liste... Naja, dann nehm ich den, den ich rausnehmen wollte. Wunderbar. Äh, bei mir Platz 3. Pokémon ab Folge 3. Lustigerweise. 3 auf 3, haha. Ähm, Pokémon einfach als der reputativste Anime überhaupt. Erste Folge in Ordnung. Zweite Folge. Äh, ja, das ist zum ersten Mal, dass Team Rocket durch die Gegend fliegt. Uh, in Folge 3. Team Rocket fliegt wieder durch die Gegend. Pokémon ist einfach durch das immer wieder Gleiche. Einer von denen, wo ich mir nicht mehr angucken kann. Einfach, weil es mich anguckt. Ja, vor allem das coolste ist ja auch, Ash macht es ja immer wieder... Also, ich weiß nicht. Der lässt nicht nur seine Pokémon... Bei jeder neuen Staffel lässt er nicht nur seine Pokémon immer zurück. Der lässt auch sein Gehirn zurück. Jedes Mal. Ja. Jedes Mal. Das ist der große Zirkel, der sich wiederholt. Und dann gibt's noch den kleinen Zirkel, der sich wiederholt. Nein, Zirkel of Langweiligkeit. Ich schwör's dir, wenn ich dran denke, dass ich hier Zirkel of Life... It's a Zirkel of Life... Das lässt sich hier einspielen. Soll ich noch großartig erklären, was im Pokémon passiert, oder... Ja, erklär mal. Ich kenn den Anime nicht. Erzähl mal, bitte. In Pokémon gibt es kleine Kampfmonster, die nennen sich Pokémon, die man gegeneinander... Und es gibt da so einen Bekloppten, der nennt sich Ech Ketchum, der irgendwie mit 10 Jahren startet und zu Hause ausläuft. Und entsprechend versucht, der beste Pokémon-Trainer der Welt zu werden, der immer sein Gehirn vergisst zu Hause. Ja, vor allem schmeißt ihn seine Mutter mit 10 Jahren raus. Im Sinne von, mach mal, sieh mal zu, was du alleine jetzt alle draußen anstellen willst. Und nicht vergessen, in jeder Staffel muss er immer wieder irgendein Mädchen das Fahrrad klauen und das kaputt machen. Nee, der klaut er ja nicht mal. Mike klaut er das, glaub ich nicht. Der steht da irgendwo in der Ecke und dann wird's dann eventuell mal gegrillt von ihm. Äh, von Pikachu. Naja, er muss auf jeden Fall das Fahrrad kaputt machen. Das gehört auch dazu. Ich weiß es nicht. Bei den letzten zwei Weibern weiß ich das nicht. Da hab ich das nicht... Die hab ich schon ewig nicht gesehen. Also ich hab die ersten drei Weiber, hab ich noch aktiv mitgeguckt. Also, äh, Misty, äh, Misty Male und Dawn hab ich gesehen. Aber, äh, danach, die hab ich schon nicht mehr gesehen. Also ich weiß, wie sie alle aussehen. Aber, ganz ehrlich, das war absoluter Bullshit. Nach der Orange League hab ich keine einzige Folge mehr von Pokémon gesehen. Na gut. Okay. Sehr schön. Deswegen, Pokémon ist für mich auch einer von den richtig schlechten, dadurch, dass er einfach sich so unheimlich wiederholt, so wie ich mich gerade wiederhole. Ja, möchtest du es nochmal wiederholen? Bevor ich anfange, mich zu wiederholen. So, ab jetzt müssten bitte einmal kurz alle Kleinkinder ausschalten. Okay, jetzt ist es zu spät. Ähm, mein Platz drei ist KissXSys. Okay, das verstehe ich schon. Ähm, du kennst den Anime? Grob, ja. Ja. Im Grunde sagt der Titel aus, um was es bei dem ganzen Scheiß geht. Um Inzest. Es sind zwei Schwestern und ein Bruder. Und die Schwestern wollen den Bruder irgendwie vögeln. Ganz einfach. Und, ähm, das ist die Geschichte. Muss man da mehr erzählen? Das ist gut. Also, vor allem, wirklich, alle Typen wollen diese beiden Weiber knallen. Wirklich alle. Nur der Bruder, dem ist das natürlich irre peinlich, dass die beiden auf ihn stehen. Und, äh, er kriegt das aber auch nicht mit. Also, äh, er denkt immer so, ja, die beiden sind halt, äh, relativ aufdringlich. Aber er checkt es einfach nicht, dass die auf ihn geil sind und ihn vögeln wollen. Wo ich mir jedes Mal denke, boah, ey, das ist, das ist so wirklich Fremdschirme. Aber ich hab den ganzen Anime geguckt und ich hab die ganze Zeit einfach nur gedacht, boah, Fremdschirme hoch 20. Warum beguckst du dir jetzt eigentlich noch weiter die Folgen an? Das hab ich, wirklich, also, der ganze Anime von Anfang bis Ende. ist scheiße. Es ist keine Story drin. Er ist nicht mal gut animiert. Also, es ist so, so 0815 Anime. Und, wirklich, nix. Nichts. Er, er rechtfertigt das nicht. Warum? 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 Ja, der ist, scheiße. Er ist, Titten. Nur wegen Titten verkauft er sich. Bildshaltung in Anime-Form. So sieht's aus. Mach weiter, bevor ich hier nochmal wieder einen Schreikampf kriege. Das krieg ich gleich bei den nächsten zwei noch. Gut, bei mir, äh, Merchblade. Ich meine Beyblade. Die Serie, die sich um Merch dreht. Du verstehst, dass das ganz lustig ist, weil sich Beyblades drehen als Brummkreisel. Du bist ein Idiot, das verstehe ich gerade. Nee, aber Beyblade ist für mich eine der richtig schlechten Serien. Ganz besonders, da das extrem ausgeschlachtet wird. Und auch 50.000, äh, Serien, Spin-Offs da davon irgendwie existieren, gefühlt. Äh, es ist eigentlich nur, dass man ein Produkt hat, diese kleinen Brummkreisel, kurzum Beyblade genannt. Äh, und man versucht hat, um diese Teile entsprechend Anime zu spinnen, irgendwie. Richtig. Und der Anime selbst ist gar nicht so schlecht, wenn's nicht so ein bescheuertes Thema wär, wie ein Brummkreisel. Ein Brummkreisel. Wenn's das Brummkreisel genannt, werd ich das lustiger vollfinden. Oh, oh, ja. Das Problem ist, die Serie nimmt sich selbst dabei auch noch ernst. Ja, das... Das ist auf eine amüsante, humorvolle Art gemacht. Okay, aber so, naja. Ja, ich sag mal so, da gibt's halt Dojos, die extra nur Beyblade, das richtige Ziehen. Ich mach dich eine Schnur am besten durch das Teil, damit das Ding schön schnell dreht. Einfach schnell ziehen, du hast da ganz so kompressiert. Das ist absoluter Blutzen. Im Übrigen, kleiner physikalischer Funfact. Ähm, wenn ihr gegen einen Freund oder sowas spielen wollt, nehmt einfach mal ein vernünftiges Stück Holz, schnitzt euch daraus einen Kreisel und bohrt oben eine Schraube relativ zentral rein. Ihr dreht das Ding schneller und stärker und es hält wesentlich viel länger als der Beyblade eures Freundes. Das ist kein Scherz, das haben wir gemacht. Mein Vater zusammen hab ich das gemacht. Wir haben uns in die Garage gestellt, haben das Ding geschliffen, haben mit Schleifpapier, mit so Sandpapier, sind wir da einmal glatt drüber gegangen und dann hab ich da oben eine Schraube reingedreht. Am nächsten Tag, alle Beyblades kaputt gefickt. Ja, das ist kein Scherz, wollte ich mal angemerkt haben. Gut, Platz 2 bei mir. Wieder so ein Anime, ich möchte eigentlich gar nicht drüber reden. Es bezieht sich im Übrigen nur, also allgemein, immer nur auf die ersten Staffeln, möchte ich einmal angemerkt haben. Wobei die ersten drei auf meiner Liste haben nur eine Staffel. Aber allgemein möchte ich sagen, jetzt die nächsten beziehen sich immer nur auf die erste Staffel. Weil weiter hab ich diesen Anime dann nicht geschaut. Und zwar ist auf meinem Platz 2 Alt-Noah-Zero. Haben die mir gesehen? Nein, aber ich hab schon mal von gehört. Ja, spätestens wenn du auf deine Festplatte guckst, dann hast du ihn da. Wollte ich nur mal angemerkt haben. Und zwar ist Alt-Noah-Zero einer von meinen ganz speziellen Lieblingsgenres drin. Mecker. Richtig, ein Mecker-Anime. Und an und für sich war der nicht mal schlecht. Also, ähm, ja, gut, es ist, ähm, es ist, also die, die Menschheit ist irgendwie ausgewandert. Also es, es gibt wohl auf, äh, dem Mars gibt es halt eine Kolonie, äh, das sind die Versianer. Warum auch immer man den Mars unbedingt, äh, benennen musste. Und die halten sich halt für was Besseres und kommen halt, um die Erde platt zu kloppen. Und, äh, die Prinzessin von denen ist halt auch da unten. Und angeblich wurde die von einem Terroranschlag, ähm, niedergewalzt, aber, oder in die Luft gejagt. Und deswegen ergreifen die Versianer an und, äh, ja, es ist alles okay von der Story her. Aber was es dann komplett rausgerissen hat, das war einfach das Ende. Äh, wirklich? Denn, dann, äh, wird da einer erschossen, wo man nicht mitgerechnet hat. Und, äh, allgemein, der, das Ende, das war so, so hirnrissig. Also schon in der Mitte des Animes wird es irgendwie absolut hirnrissig. Weil, das sind alles so arrogante Fatzkes, weißt du, wo es normalerweise im Anime so einen von gibt, wo du direkt weißt, das ist der Böse. Oder das ist so einer wie, äh, Professor Snape. Der ist zwar arrogant, aber, ähm, der wird am Ende vielleicht noch gut. Aber, das sind das alles solche Idioten. Das sind alles solche Wichser. Wo ich mir jedes Mal denke, boah, nee, komm, lass stecken, ey. Und trotzdem, äh, das ging mir so auf die Nüsse. Die Typen gingen mir so hart auf die Nüsse. Und allgemein, äh, durch den Anime habe ich mich eher durchgequält, als dass ich da gesagt habe, äh, der war jetzt so richtig, richtig geil. Den habe ich total durchgesuchtet. Und gerade das Ende hat es mir einfach total versaut. Muss ich ehrlich sagen. Äh, das Ende fand ich richtig schlecht. So. Aber bevor wir zu Platz 1 von uns jeweils kommen, da dürfen wir einmal Honorable Mention sagen. Also du hast einen, ne? Ja, einen, Honorable Mention. Äh, bei mir, ich werde wahrscheinlich viel Hater dafür kassieren. Jetzt kommt's. Aber bei mir ist Dragon Ball Super entsprechend. Durch die letzten 10 Filler-Folgen, äh, einer der schlechtesten, die je gemacht worden sind. Ich meine, Dragon Ball Super hatte viel Potenzial am Anfang, auch wenn die Animationen, äh, durchaus sehr grotesk aussahen. 0815 ist er. Nein, nein, nicht, nicht 0815. Richtig schlecht. Es gibt Szenen dabei, da sieht Goku einfach richtig schlecht aus. Als dreifache Super Saiyan, grausam. Es gibt Szenen, in denen entsprechend Vegetas Augen gute 5 cm wandern, während die Szene gerade passiert. Also sind teilweise echt Animationsfehler, wo richtig grausam sind. Aber, äh, das Schlimmste eigentlich, ganz besonders jetzt in den Filler-Folgen, ist dieser aufgesetzte Humor, der einfach übertrieben ist. Ja. Kann ich nachvollziehen. In Dragon Ball GT war die Story halt kompakter irgendwie, da hat man gar nicht den Platz da dafür gehabt. Aber das könnte die Serie zum Schluss gerettet haben gegenüber Super, was im Moment so ein bisschen, naja, einfach nur Protest für mich wirkt. Besonders hast du die Folge von heute schon gesehen? Nein, hab ich noch nicht. Nicht spoilern. Ich nenn dir nur den Titel da davon, das dürfte reichen. Äh, Great Siremans Film. Ach, Gott, ich kann's mir fast denken. Gut, ähm, dann nehm ich einen der behindertsten, ich möchte's nicht mal Anime nennen, eines der behindertsten Kunstwerke überhaupt. Es muss Kunst sein, weil ich verstehe das nicht. Äh, und zwar ist die Rede von Tenchi No Drop, äh, wie's im Original heißt, oder Angel Drop, Angels Drop, äh, auf Deutsch. Das Ganze ist ne OVA, die, ich wüsste nicht mal, wie lang es ist, ich glaub, zwölf Minuten oder so, hab ich in Erinnerung. Kann aber auch sein, dass die kürzer ist. Ist auch egal. Ähm, an und für sich, ähm, oh, fünf Minuten, entschuldigt. Äh, fünf Minuten ist die ganze Scheiße lang. Und es sind fünf Minuten verschwendete Zeit. Also guckt ihn euch nicht an. Also bitte guckt ihn euch wirklich nicht an. Ähm, es geht da drum, dass zwei Mädchen unbedingt mit, ähm, Engeln eine Tee-Zeremonie abhalten wollen. Soweit eigentlich ganz okay. Äh, das Ganze eben so Doremi-Style gezeichnet, nochmal so am Rande, falls es jemanden interessiert. Und, ähm, die beiden ziehen dann irgendwie mit ihren sechs bis zehn Jahren, ziehen die dann in eine Wohnung zusammen. Natürlich hat man nichts Besseres zu tun. Äh, man kann ja rausgehen, Pokémon fangen. Oder man zieht in eine Wohnung mit seiner besten Freundin. Warum auch immer. Und das Erste, was passiert, wo die beiden in die Wohnung reingehen, die eine bricht durch den Boden, haut sich ein Holzbalken zwischen die Beine. Und, äh, das Einzige, was sie sagt, äh, zu der Anderen, wenn ich ein Kerl gewesen wäre, dann hätte das jetzt ganz schön weh getan. Dann wären meine Eier zermatscht. Da hat er schon gesagt, Bullshit! Was soll der Mist? Das tut auch einer Frau weh. So, aber nein. In dem Augenblick bricht dann von oben die Nachbarin auch nochmal durch die Decke. An der gleichen Stelle. Dann holen sie die eine erstmal von unten raus und dann ziehen sie die da runter. Äh, klar, macht man ja auch. Also man zieht dann erstmal unten an den Beinen, dass die da runterkommt. Ist klar. Würde ich genauso machen, wenn mein Nachbar hier durchbrechen würde. Die stellt sich dann, äh, die, äh, bedankt sich dann, gibt den beiden Süßigkeiten zu essen und stellt sich dann als Engel vor. Und was passiert, wenn man, äh, Süßigkeiten von einem Engel isst, dann wird man selbst zu einem Engel. Und was machen Engel? Die scheißen und pissen die ganze Zeit Süßigkeiten. Und was machen die dann die ganze Zeit? Die scheißen nur noch Süßigkeiten aus. Und das ist der ganze Anime. Bullshit! Bullshit! Das klingt nach einem wundervollen Plot. Es ist Bullshit! Es ist nur... Rotze! Guckt ihn euch nicht an! Lasst es! Es sind fünf Minuten, verschwindet die Lebenszeit. Sie kommen nicht wieder. Ich bereue diese fünf Minuten immer noch, dass ich sie... Dass ich sie verschwendet habe. Es ist wirklich verschwendet. Es ist... Nur Bullshit! Du hast jetzt mehrere Tage bereut, dass du diese fünf Minuten verschwendet hast. Ja! Ich bereue das mein Leben lang. Da kannst du dir sicher sein. Aber nicht so sehr, wie ich meine Platz 1 bereue. Da bin ich nämlich mehr Zeit reingesteckt. Aber du darfst jetzt erst mal deine Platz 1 nennen. Sonst rege ich mich hier gleich viel zu sehr auf. Also mein Platz 1... Es ist eigentlich einer von denen, wo man sich nicht so sehr drüber aufwägen muss. Und trotzdem ist es einer für mich, wenn ich drüber nachdenke. Allerdings muss ich sagen, generell, auf meinem Platz 1 hat es Wedding Peach geschafft. Aber das soll eigentlich nur stellvertretend für die ganzen unheimlich kitschigen, auf süß gemachten Animes im Magical Girl Style machen außer Sailor Moon. Moment. Ich vertue mich da immer mit den beiden. Wedding Peach war... Du darfst gerne weitererzählen. Das war es eigentlich schon. Ich fasse mich da jetzt mal richtig schön kurz. Ne, das war das. Welcher war das denn mit der braunhaarigen und der schwarzhaarigen, die auch immer so wie Hochzeitskleider anhatten? Boah, da fragst du mich gerade was. Ich weiß sogar, was du meinst, blöderweise. Ja. Bei deinem Arme. Es gibt sogar zwei davon. Und einer davon ist sogar im Doremi-Style gezeichnet. Die beiden, die immer am Kuscheln waren und dann komische Laserstrahlen geschossen haben. Die waren auch noch scheiße. Aber ich weiß, welches Anime-Genre du meinst. Aber Wedding Peach, erinnere ich mich dran. Es war einfach so... Wann kommt endlich das, was ich gucken will? Oh, noch die blöde Serie. Zehn Minuten. Ah! Ja, das war herrlich. Das waren auch immer die fünf Minuten meines Lebens, die verspendet waren. Ja, da hättest du lieber was... Da hättest du wenigstens was Sinnvolles machen können. Zumindest halbwegs Sinnvolles. Hausaufgaben oder sowas ist halbwegs sinnvoll. Habe ich gehört. Habe ich nie gemacht. Morgens immer fünf Minuten vor der Schule gemacht. Wenn ich es überhaupt gemacht habe. Was? Hausaufgaben? Wir hatten Hausaufgaben auf. Was hatten wir denn auf? Ja, das mache ich vorne an der Tafel. Und wenn sie dann rumgegangen sind... Ja, kannst du mir mal die Hausaufgaben zeigen? Äh. Außerdem, man hat immer irgendeinen Mitschüler, der das Ganze doch noch mal irgendwo gemacht hat, wo man abschauen kann. Richtig. Richtig. Und dann nur so ein, zwei Wörter geändert hat. Ach, das war schön. Was? Wörter ändern? Wörter ändern? Außer in Mathe. Da habe ich alles so gelassen, wie es war. Okay. Gut. Mein letzter Anime. Mein absoluter Hass-Anime, wo ich wirklich heute noch so was von sauer bin, dass ich den geguckt habe. Weil es ist absolut scheiße. Und ich habe mich da mit einer Freundin wirklich schon super oft drüber gestritten, weil die diesen Anime absolut abgöttisch liebt. Und ich werde mir jetzt auch ganz viele Leute zum Feind machen. Aber er ist für mich der schlechteste, der wirklich aller, aller, aller schlechteste Anime, den ich je gesehen habe. Und zwar Fate Zero. Und jetzt geht das Geschreihe los. Ja, Fate Zero. Irgendwie, ich muss nachgucken. Sieben Magiern mit ihren... beschworenen Wesen. Also sieben Magier treffen sich und kloppen sich halt gegenseitig kaputt und haben jeweils ein Wesen beschworen. Und diese Servants, also diese beschworenen Wesen, müssen halt ihrem Master dienen. Und man sieht halt aus allen sieben Sichten, sieht man diesen Kampf. Und das ist halt mit Intrigen und alles drum und dran. Klang am Anfang super. Und dann, es geht halt... Am Ende geht es halt um den Heiligen Graal. Nur mal so am Rande, der halt irgendeinen Wunsch erfüllt. Und... Der Anime ist einfach nur Bullshit. Der ist nur Scheiße. Also, mal ganz davon abgesehen davon, dass die letzten zwei Folgen irgendwie sowas von gequetscht werden. Vorher wird das so aufgebauscht. Weißt du, so im Sinne von... Boah, da kommt so das Mega-Ende. Und dann ist das Ende absoluter Bullshit. Weil du weißt bis zum Ende nicht, wer gewinnt. Ich weiß jetzt doch nicht, ob der wirklich als Gewinner da zählen sollte, oder ob der eigentlich einfach nur von Anfang bis Ende eigentlich nur verloren und auf die Fresse bekommen hat, der offizielle Gewinner. Und... Das war meiner Meinung nach das ganz ärmste Würstchen, das da rumgelaufen ist. Und der... Dass der das Ding nachher gewinnt... Ich fand den Anime einfach scheiße. Ich fand den Anime... Von Anfang bis Ende wurde der immer scheißiger. Der war am Anfang gut. So die Idee... Ja, ist es. Ich hab's ja gerade gesagt. Ich hab... Von Anfang... Von Anfang, da hab ich gedacht, boah, der hat aber Potenzial. Das kann was werden. Und dann ging mir da irgendwie... Von diesen 14 Hauptcharakteren, weil Master und halt Servant, äh, ging mir dann irgendwann... Ich glaub, 10 oder so voll auf den Sack. Also wirklich auf den Sack. Wo ich gedacht habe, mach den einfach weg. Knall dem irgendwie in den Kopf. Und dann ist es gut. Ich fand den Psychopathen, fand ich sogar noch am lustigsten. Den fand ich sogar noch am nachvollziehbarsten. Der hat noch am logischsten gedacht. Wir wollen einfach nur abschlachten. Aber... Der Anime ist scheiße. Der ist richtig scheiße. Der ist mega scheiße. Ich weiß nicht... Also, ich wüsste nicht, ob ich Tenshin und Drops, äh, noch drüber setzen würde, aber wenn ich wirklich Anime-Serien nehmen würde, Tenshin und Drops halt nicht. Und dementsprechend, äh, ist Fate Zero einfach nur Kacke. Richtig scheiße. Megascheiße. So. Und bevor ich hier ein Nerdcast mal bekomme, würde ich sagen, wir bedanken uns. Hast du noch was zu sagen? Äh, nächste Woche machen wir entsprechend der zehn stärksten Videos. Äh, weiß ich noch nicht. Aber da müssten wir uns dann einig werden, weil, äh, irgendwie, äh, zehn Leute, unterschiedliche Leute, äh, das kann man gleich besprechen. Ja, wir setzen uns jetzt nochmal hin und machen eine entsprechende Liste. Und dann machen wir mal das Ganze, nicht separate Listen, sondern wir machen dann eine zusammen. Richtig. Genau so sieht's aus. Gut, Leute, wenn's euch gefallen hat, lasst einen Like, da würde mich auf jeden Fall freuen. Den D auch. Also, wenn ihr den D auch mögt, dann dürft ihr dem auch gerne ein Like da lassen. Ja. So, bye-bye. Na, haut's rein. Ciao, ciao.